Hallo, herzlich willkommen bei Optik Schweiger, Ihr Qualitätsoptiker in Altdorf und Feucht. Unser Unternehmen gibt es bereits seit 1955. Ich habe es dann von meinem Vater übernommen im Jahr 2007, nämlich die Filiale in Altdorf. Der Laden hier in Feucht kam dazu 2008. Da bin ich hier in die Hauptstraße 51 in die Geschäftsräume gezogen. Ja, ich liebe meinen Beruf sehr, mache das Ganze mit viel Leidenschaft. Die Leidenschaft wurde mir, wie schon kurz erwähnt, von meinem Vater in die Wiege gelegt. Ich führe das Ganze, die Tradition, sehr gerne weiter fort. Gleitsichtgläser ist unser ganz spezielles Fachgebiet. Die erfordern ja doch ein bisschen höheren Anspruch an, ja, verschiedene Messtechniken. Da sind wir spezialisiert. Da haben wir auch immer gute Angebote. Preis-Leistung stimmt auch hier bei uns. Wir sind sehr flexibel in der Gestaltung und Anfertigung der Brillen, sowohl was Geschwindigkeit als auch die Ausfertigung betrifft, da wir eine eigene Werkstatt haben. Da haben wir die neuesten Geräte mit CNC-gesteuerten Schleifmaschinen. So können wir auch Formänderungen z.B. bei randlosen Brillen individuell realisieren, aber wir sind dadurch auch sehr schnell. Also wenn Sie mal wirklich eine dringende Brille möchten, brauchen als Ersatz zum Beispiel, sind wir oftmals in der Lage, diese innerhalb von 12 oder 24 Stunden für Sie anzufertigen. Bei mir finden Sie topmodische, exklusive Markengestelle, aber natürlich auch günstige Schnäppchen, die trotzdem jung, frech und modisch sind.